Ich bitte euch jetzt mal herzuhören, denn ich bin, ich hab die Giegel und ja, meine Counter-Strike-Skills werde ich natürlich erstmal zacken. Und zack, das hätte ich auch gehadshotet, zack. Ihr hättet euch alle gehadshotet, wäre die Preparing-Phase nicht aktiv. Oh hier, zack und zack. Hey, hey! Oh fuck, das tut mir leid, ich schwöre, ich schwöre! Nein, nein, nein! Ich hab mich nicht getroffen. Was da? Ups. Soll die Scheiße? Ja, es tut mir leid, man. Ey, geh weg, ey schießt, ey schießt, Patrick schießt, Patrick schießt, Patrick hat auf mich geschossen. Geh kontrollieren, ich... Asta, confirm, confirm, confirm. Ja, ja, und wenn das nicht ist, weiß aber, ey, das ist Patrick. Ja, dann confirm doch. Ey, geh weg, ich... Asta hat wieder gelacht. Ich wusste es. Ich wusste es. Asta war ein Traitor. Das war viel zu... Das taunt jetzt auch du. Das heißt du ja. Er liess es. ... Cracker? Melly, Melly schießt auf mich. Hinter dir Cracker! Warum sagst du denn hinter mir? Hinter dir bei ihm. Aber du schießt doch auf mich. Ich dachte, du wärst Asta. Moment, mit denen ist es nur noch drei. Warte mal. Ja, Melly schießt auf mich. Ich glaub, Melly ist es. Und sag dann hinter dir Cracker, wo sie wegrennt. Also ne, auffälliger geht's ja wohl nicht. Warte, leben echt nur noch drei? Ja. Ja. Du bist anscheinend tot. Es wird jetzt um... Cracker. Cracker ist es. Ohhhh. 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 Hey, Alter. Melly, was soll das denn mit Aktionen? Cracker schießt dich fast auf null. Cracker, was soll hinter dir? Ja, was ist denn du bist da? Da hab ich auch gedacht, ne? What the fuck? Natürlich bin ich mal wieder Traitor. Leute, was passiert da? Irgendwer hat den Knopf gedrückt. Ich war hier. Du hast es gesehen, oder? Ich bin... Oster war's nicht. Oster ist safe. Patrick oder Cracker? Patrick oder Cracker? Ich bin komplett weg. Ich bin, äh, hier Traitor. Äh, ich mein, in der... Wo ist denn der... Wo ist denn der Knopf? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es Patrick war. Patrick. Patrick lief die ganze Zeit hinter mir. Ich bin bei Julian. Also, ich sag euch gleich, der Aster wäre... Ja, keine Ahnung. Was denn? Ja, was? Du könntest es ja auch gewesen sein. Äh, öh. Und Aster war's auch nicht safe, Code Robin. Bis auf... LOL! LOL! Was war das denn? Cracker? Ich bin hier. Wo bist du? Äh, äh... Wer ist... Wer, wer, wer? Wer denn? Wer denn? Wer schießt denn auf dich? Wer schießt denn auf dich? Wer denn Cracker? Hat jemand herausgekommen, wer das war? Er hat auch schon gesagt Patrick, oder nicht? Nein! Ja, dann ist es Tom... Dann sind es Tom und Patrick. Mhm. Nein. Ja. Der hat noch irgendwer geschossen. Oh mein Patrick, der ist so ein Sniper! Ja, ich habe ihn noch einmal getroffen. Ganz ehrlich, ihr seid solche Wichser, ne? Da hast du mich echt verarscht, ne? Der Cracker steht vor mir, ich benutze die Baby Gun und treffe ihn nicht. Oh, und ich bin schon wieder Traitor, Mensch. Ich schatte jetzt hier den Punkt. Wenn irgendeiner auf diesen Punkt erdrückt, ne? Die man woanders aktiviert, der ist sofort von mir tot. Vielleicht bist du es ja auch und du wartest nur darauf, dass du es aktivieren kannst. Genau, als ob ich zweimal hintereinander Traitor bin. Geh da weg, Tom! Wenn es jetzt aktiviert wird! Geh da weg! Asta will sich damit nur selber safen. Wer schießt da? Wer schießt da? Das war Asta geschossen. Ich hab die Farmers. Na, ich hab gleich selber hat Asta mich erschossen, ne? Ey, Alter! Ich glaube, Asta ist gerade drauf gegangen. Asta? Ja, Patrick, jetzt will ich. Scheiße. Asta war aber Traitor. Patrick hat zuerst geschossen, ja. Mann, Tom, was ist denn hier in die Aktion? Melli. Wie schießt du einfach auf mich, Patrick? Weil du Traitor warst. Ja, aber das kannst du doch vorher nicht wissen! Na klar, du sagst ja, wer schießt da? Ich höre euch da ballern, gucke euch an. Das sollen wir wirklich nicht! Ja, aber das sah so eindeutig aus. Außer wie du dich verhalten hast, als ob ich zweimal Traitor bin. Nein, ich stimme da gerade schon. Ja, ja! Ey, ich will nicht jetzt sagen, als ob ich dreimal Traitor bin. Und dann knallt mich Patrick ab und ich bin's nicht. Dann rast dich total aus. Ja, Basta verhält sich gerade relativ verdächtig. Ich würde auf jeden Fall mal eliminieren, sobald es geht. Das war so eindeutig. Das kriegst du zurück. Warum? Ich verhält mich nie verdächtig. Du hältst dich nie verdächtig? Ich verhält mich nie verdächtig. Du denkst du bist ja auch der Mr. Incognito und Pokerface, ne? Hier, ich bin zum dritten Mal Traitor. Willst du mich jetzt abknallen? Ha? Komm doch her, du Muschi! Ich bin bei dem Inception-Ding da vorne, ja. Hier, genau, Patrick. Na? Na? Noch verdächtig bin ich verdächtig. Hier, ich hab geschossen. Oh, ich hab geschossen. Wer schießt da? Wer schießt da? Ich was? Ach, du hast geschossen? Ja, wer schießt denn da? Wer schießt denn da? Hier sind zu viele. Einer von uns kann ja nur Traitor sein. Oder genau die anderen beiden sind's. Einer von uns klebt lebt draus. Einer von uns, Einer von uns. Ey Leute, chillt mal, chillt mal, chillt mal. Chillt mal, chillt. Ich glaub Patrick wird ne Friendship Beamer auf uns setzen. Ich glaub deswegen sind wir chillen. Ich glaub, das ist dein erstes da gerade hervor. Ich glaub, Patrick. Ich glaub Patrick ist es. Ja ist ein Mixer. Ich glaub Patrick ist es. Ich hab da übrigens das Gefühl, ne? Patrick. Ich wusste es. Sterbt ihr PIXA! Ich wusste es! Ich wusste es! Und ich bin tot! Also Patrick ist safe calling? Ja, ich hab ihn schon getötet, Cracker. Cracker, Melly oder ich halt, aber ich bin's nicht. Guck mal, aber wo ist Melly die ganze Zeit? Melly ist Cracker. Ich hab mir schon gedacht, dass da oben gleich irgendwas eskaliert, so bei den Jungs. Cracker schießt, Cracker! Julian, schießt du auf mich? Ja, aber wer ist es denn von euch, wenn ihr aufeinander schießt? Oh, Scheiss. Melly, soll ich dir was sagen? Wir sind nur noch zu zweit, Melly. Was ist das? Die Dunkelheit. Alter, Cracker gewinnt noch! Mich hat das voll abgelenkt mit dem da oben. Tom, was war da denn los, bitte? Ich weiß auch nicht. Huge ist aber die behindertste Waffe in dem kompletten Game, Alter. Melanie, du bist ja auch so ein Noob, das weiß man doch. Was? Dass die Waffe, die du grad hattest, die kompletteste Noob-Waffe aus dem ganzen Spiel ist. Ja, und Asta, wie heißt die jetzt? Was war denn das für eine Waffe, Asta? Ja, das war die Melanie. Inkompetent bis zum Get-No. Macht null Damage, kann man nicht ernst nehmen. Und ich glaube, ich bin gleich wieder Trader, habe ich das Gefühl. Und jetzt bin ich zum vierten Mal Trader, Patrick. Jeder verhält sich ultraverdächtig. Ja, ultraverdächtig. Kommen wir nicht zu nah, Patrick. Kommen wir nicht zu nah. Ja, Alter. Ja, genau. Kommen wir nicht zu nah. Da ist das. Tom, Tom steht hier. So, Alter. Irgendwas explodiert. Ah, Melly. Säckeflogen. Alter! Alter! Oh scheiße, ich hab den Falschen erwischt! Ich hab den Falschen erwischt! Ich hab den Falschen erwischt! Nein, die haben wirklich aufeinander geschossen! Ich schwöre bei Gott! Ich schwöre! Wo ist der eben gerannt? Die haben aufeinander gesch... What the fuck! Oh lol. Alter, wer lebt noch von euch? Was denn hier passiert? Ich lebe. Ey Melanie, hast du Patrick erwischt? Der hat auf Tom geschossen. Das ist nur noch, das weiß ich. Nee, nee. Ich hab gerade nichts gesehen. Wenn nur auf ihr beide leben, dann musst du Traitor sein. Nee, dann bist du ja wohl Traitor, du Arschloch! Ich... Ich bin's wirklich nicht! Wohlen Sohn. Manni... Ihr seid so Krass, ne? Ich Asser vertraue euch nicht einmal mehr. Hast du gerade zwei Traitor erledigt? Nein, zwei Innosen? Nein, zwei Innosen! Der knallt die Manni weg! Und sagt, du ande so! Ich glaube es ist Assers dabei. Der Patrick war vielleicht verdächtig. Ja, ne, Mant Patrick, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ganz ehrlich, geh woanders hin. Sonst schieß ich ihn auf dich. Hat er das ernst? Ha? Ha? Oh! Kräcker war's. Tom ist es, Tom ist es! Leck mich! Tom ist tot! Er war Traitor! Nice! Oh, nice! Wer hat auf ihn geschossen? Ich. Last of you, ich vertraue dir einfach nicht. Warum bist du... ...gedamaged? Weil der Patrick wieder schießhütig war. Na, ich hab's nicht getroffen. Na klar, ich hab noch 88 Leben. Ich komm um die Ecke, Tom, er fängt an zu schießen. Kräcker ist es! Und triff mich dann noch, nicht weil's. Ja, einer von euch is es noch. Betty? Wo turnst du schon wieder rum? Ich bin hier. Oh, oh, oh! Oh, das Ding ist ja direkt neben mir gewesen, ne? Wer lebt denn noch? Patrick? 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 Ist Patrick da? Also wenn Patrick noch lebt... Ja, Patrick muss er nicht sagen! Wer war das? Oh, Patrick, komm da, komm da! Oh, wer war's? Patrick, was? Hä, warum bin ich denn da durch die Welt ausgeschaltet worden? Nein! Ist das Ding auf mich gefallen? Durch den Friendship. Ja! Nee, nicht der Friendship. Dann ist der Headcrap Launcher auf dich drauf geflogen. Ich wusste es wieder, Patrick, es ist ne? Ich hab's so gewusst. Ey, ich hätt' einfach auf den Mungo ballern sollen, ey. Ich hätt's... Hast du aber nicht. Ey, Asta, vertraue dich, wenn du mir hinterherläufst. Was machst du? Ich vertraue dir nicht, wenn du mir hinterherläufst. Du vertraust mir doch nie. Ich sag's euch, er ist Asta. Ey, lo, Asta schießt auf mich. Ja, das war nur ein Spaß. Ja, 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 ja. Da kommt Asta, pass auf! Hier, ich hab... Ja, na klar komm ich da! Was soll ich denn sonst machen? Wer hat mich geschossen? Ja, aus Spaß! Ja! Ja! Hau bloß ab, du... Du Dreckiger! Hinter dir würde ich mal lieber aufpassen. An dir ist der Meli. Meli? Da hinten, du Wichser! Und noch her! Ja komm, du noch her! Oh, er hat irgendwas gezogen! Ich glaube, das war ein Friendship Beam! Äh, ja, jemanden ermordet. Gerade mit der Pistole. Da vorne kommt! Äh, Meli, wenn ich tot bin, was? Meli! Ah! Asta schießt! Asta schießt! Oh, oh nein! Da schießt jemand! Hat jemand gesehen? Alter! Alter! Von oben! Hä? Nein! Das ist Asta! Dein Tommel, das ist Tommel! Danke, Meli, dass du Asta angeht jetzt hast. Du hast mir sehr viel Arbeit erspart. Nice! Hey, guck mal, wenn ich ihn noch umdrehe und ich ihn höre... Guck mal, ich habe noch 22 HP. Du bist ein richtiger Spaß, Patrick! Ich sterbe! Asta ist es! Asta ist es! Meli, warum schießt du auf mich? Ich bin noch unresprungen, hab mich umgedreht und dir wird der Double Barrel eingegeben. Ja, ich habe noch 22 HP. Ja, aber nicht auf Menschen! Außer dem mag ich dich nicht! Ha! Wow!